Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen meine Damen und Herren im Falter-Radio beim ersten von mehreren Falter-Sommergesprächen, die es in den nächsten Wochen geben wird. Wir befinden uns hier im Museumsquartier in Wien und wir haben vor, uns ein bisschen an das Überthema des Museumsquartiers für diesen Sommer zu orientieren. Klima, Nachhaltigkeit, Kultur, aber schon auch innenpolitische harte Themen nicht auszulassen, auch nicht auszulassen, die dramatische Situation in Europa durch den russischen Krieg in die Ukraine. Mein Name ist Raimund Löw, ich bin der Gestalter des Falter-Podcasts und der Falter-Podcast wird ja in der ganzen Welt gehört, also nicht nur von Wienerinnen und Wienern, daher auch bis in der Hintergrund. Wir befinden uns hier live an einem Ort, das waren einmal die Stallungen des Kaisers. Die ist vor ziemlich langer Zeit umgebaut worden und ist jetzt ein vibrierendes, lebendiges Kulturzentrum. Wir schauen auf das Leopold Museum, hinter uns das Museum moderner Kunst der Stiftung Ludwig. Es gibt Theatervorführungen, Konzerte, viele Initiativen hier und Cafés natürlich. Das alles ist der Rahmen für dieses Falter-Sommergespräch. Ich freue mich sehr, dass Eva-Maria Holzleitner gekommen ist. Hallo. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Frau Holzleitner ist die Frauenvorsitzende der SPÖ und sie ist Teil des neuen Führungsteams der SPÖ unter Andreas Babler, das einiges an Diskussionen aufgewirbelt hat, nicht nur in der SPÖ, sondern auch in der österreichischen Innenpolitik als solche. Und ich freue mich sehr, dass Frau Holzleitner hier ist. Mit mir das Gespräch führen wird jemand, der sich echt auskennt in der österreichischen Innenpolitik. Das ist die Barbara Todt. Hallo? Hallo. Ich glaube, es gibt kaum jeden Politiker, mit dem die Barbara Todt nicht schon Interviews gemacht hat oder Hintergrundgespräche geführt hat. Also das ist Expertise, wie sie im Falter doch nicht ganz selten vorkommt, aber von ganz besonderer Qualität. Frau Holzleitner, Sie sind jetzt im Top-Führungsteam der SPÖ, sind schon mehrere Jahre Abgeordnete, Nationalratsabgeordnete, zwei Jahre Frauenvorsitzende, drei. Was hat sich für Sie geändert? Beschreiben Sie uns das ein bisschen. Was ist anders, wenn man im Führungsteam der SPÖ direkt drinnen ist? Wir haben Sie gesehen in der ZIB2 bei Marvin Wolf. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen anders, aber darüber hinaus gehen. Was ist da anders? Ja, stimmt. Es war das erste Mahlzeit im Bild 2, dann gleich mit Armin Wolf. Mein Respekt war sehr groß vor diesem Interview, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ist es auch heute, weil natürlich, man ist nochmal anders im Rampenlicht. Es kommen vermehrt Anfragen aus den unterschiedlichsten Bereichen auch auf einen zu. Für mich hat sich dahingehend in diesem Jahr insofern einiges geändert, weil ich eben seit zwei Jahren nicht nur Bundesfrauenvorsitzende bin, sondern auch stellvertretende Bundesparteivorsitzende und somit den ganzen Prozess der Befragung des Parteivorsitzwechsels, des außerordentlichen. Das war ja nicht ganz einfach. War nicht ganz einfach, war auch sehr zeitintensiv. Wir haben viele interne Sitzungen, kein Parteipräsidium, lange Diskussionen, viele Kompromisse, viele Dinge, die wir besprochen haben. Und nun im Team von Andreas Babler darf ich ein Teil der Klubspitze sein, was mich sehr freut, was natürlich auch die Aufgaben nicht geringer macht, sondern es weitet meinen Blick in der parlamentarischen Arbeit. Zuvor war mein Fokus sehr stark auf zuerst Kinder- und Jugendpolitik, dann Frauenpolitik auch dazu und nun weitet es somit meinen Blick und ich bin für viele Themen zuständig, für alle Bereiche und deshalb noch mehr Verantwortung, noch mehr Aufgaben, denen ich genauso mit Respekt begegne, aber auch positiv in die Zukunft sehe. In der Klubführung muss man ein Allrounderin sein. Aber was sind die wichtigsten Erwartungen an die Frau Holzleiter und überhaupt auch an das Team des Andreas Babler? Ich glaube, die Aufgabe könnte ja nicht schwieriger sein, als zum einen nach innen wieder Ruhe reinbringen nach diesem wilden ersten Halbjahr und zum anderen natürlich die große Erwartung bei den Nationalratswahlen höchstwahrscheinlich 2024 und nicht 2023, wie es ja auch oft schon spekuliert wurde, die berühmte Mehrheit links der Mitte zu bringen. Also das ist ja das, was nicht nur die Mitglieder der SPÖ, sondern auch viele Wählerinnen und Wähler sich erhoffen mit Herrn Babler. Mal sehen. Wird schwierig. Es sind sicherlich große Aufgaben. Ich bin zuversichtlich, also dieses Team, Philipp Kucher als Klubobmann, Andreas Babler als Klubvorsitzender somit, als Dach quasi, Julia Herr und eben meine Wenigkeit. Wir haben eine sehr gute gemeinschaftliche Arbeitsweise und das funktioniert auch auf persönlicher Ebene sehr gut. Deswegen bin ich da wirklich zuversichtlich, dass wir uns sehr gut für die kommenden Wahlen, Nationalratswahlen, aber natürlich auch Europakammerwahlen im kommenden Jahr aufstellen werden. Und ja, die Einigkeit in der Partei auf der einen Seite, aber auch Nichtwählerinnen abzuholen, glaube ich, wird eine große Aufgabe. Und da, glaube ich, hat Andreas Babler, das noch ganz kurz, mit seiner Art zu sprechen und seiner sehr pointierten Rhetorik ein großes Potenzial, viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler auch abzuholen. Und das ist für die Demokratie als Ganzes, glaube ich, wichtig, weil wir haben bei der letzten Wahl gesehen, 30 Prozent der Menschen haben nicht gewählt, obwohl sie ein Wahlrecht haben. Und die mit einzubinden, ist ein gesamtdemokratischer Auftrag. Weil Sie die Rhetorik angesprochen haben, das wäre jetzt gleich die erste Frage. Nichtwählerinnen abholen, da gibt es jetzt das Wort Marxismus, das Herr Babler immer wieder verwendet hat und das sehr, sehr viele irritiert hat. Ist das der Weg, um Nichtwählerinnen und Wähler abzuholen? Ich glaube, der Weg, Nichtwählerinnen und Nichtwähler abzuholen, ist vor allem Dinge anzusprechen, die sie in der eigenen Lebensrealität spüren. Und das macht Andreas Babler. Dass eben über 350.000 Kinder in Österreich in Armut leben zum Beispiel. Dass man von Arbeit, von Vollzeitarbeit in Österreich nicht immer guten Lebensunterhalt bestreiten kann, weil die Mieten exorbitant gestiegen sind, weil die Lebensmittelpreise horrend teuer sind. All das spricht Andreas Babler sehr pointiert an. Und damit kann man Wählerinnen und Wähler abholen, weil es direkt die Lebensrealität der Menschen betrifft. Das heißt, diesen Ismus werden wir nicht mehr so oft hören, wie in den Anfangstagen. Wir sind Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Das ist die wichtige Aufgabe. Ich glaube, dass bei vielen auch die nicht minder wichtige Debatte über Themen und Thesen oder vor allem über Themen, Thesen und Idealismen nicht so im Vordergrund stehen, sondern die konkreten politischen Inhalte und die Forderungen, die einen dann persönlich auch betreffen, wo man sich Lösungen auch erwartet, wie zum Beispiel im Bereich der Wohnungsgruppe. Aber es ist natürlich nicht zufällig. Einen SPÖ-Parteivorsitzenden oder INSP oder Real, der sagt, ich bin ein Marxist und plötzlich so eine Diskussion auslöst, das hat natürlich schon dazu geführt, dass man sagt, da passiert jetzt ein Linksruck in der SPÖ-Führung. Ist ja wahrscheinlich nicht ganz falsch. Wie kann man in einem Land wie Österreich oder auch generell in Europa, wo es keinen Linksruck gibt, sondern eher einen Trend nach rechts gibt? Wie kann man da mit einer SPÖ reisieren, die einen Linksruck erlebt? Wie gesagt, ich glaube, indem man die Lebensproblematiken anspricht. Und genau das passiert. Auch die Ungerechtigkeiten. Wir haben das auch versucht als neues Team im Parlament auch gleich zu thematisieren. Kicker-Liner bzw. die vielen Unternehmenspleiten, die jetzt einfach in den letzten Tagen, Wochen bekannt geworden sind, dass Tausende und Hunderte Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren und dass es dort Jobgarantien braucht, dass man die Menschen nicht im Regen stehen lassen darf. Das ist die Politik, die Sozialdemokratie ausmacht und die auch wirklich lautstark und pointiert zu vertreten. Das macht Andreas Babler. Ja, es hat diese Diskussion über Marxismus und irgendwelche Büsten in Büchern egal. Aber es gibt einen Linksruck. Aber einen Linksruck gibt es in der SPÖ-Führung, oder? Es hat auf jeden Fall einen Ruck in Richtung pointierte sozialdemokratische Positionen gegeben. Auch Pamela Rendi-Wagner war Sozialdemokratin und hat natürlich für Inhalte gekämpft und sich eingesetzt. Ich würde das jetzt nicht so pauschal sagen. Wie gesagt, Andreas Babler kann vor allem Menschen begeistern. Und das werden wir auch brauchen im kommenden Jahr, dieses Feuer, das er mitbringt. Eine Frage zu dem Überthema dieses Sommers im Museumsquartier. Hier im großen öffentlichen Platz im Museumsquartier wird es auch einen Umbau geben. Man sagt, in den nächsten Tagen wird das hier begrünt und in ein paar Wochen wird das ganz anders ausschauen. Die Temperatur soll dann hier, die in der Stadt sehr hoch ist, auch am heutigen Tag, soll dann hier um einige Grade niedriger sein. Fünf Grad bis zu fünf Grad vielleicht sogar mehr niedriger als in der Stadt. Aber jetzt generell Klima und sozialdemokratische Politik, gibt es da nicht ein Problem, ein grundsätzliches Problem, dass die Hauptbotschaft der Sozialdemokratie ist, mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Auch mehr Klimagerechtigkeit. Ja, aber Klima, eine bessere Klimapolitik führt nicht zu Gerechtigkeit. Also wenn man, wenn sie jetzt statt einer Gastherme irgendetwas anderes bauen, ist das gut fürs Klima, aber das macht die Gesellschaft nicht gerechter. Hat da die Sozialdemokratie nicht grundlegend ein Problem? Nein, das glaube ich nicht, weil Klimagerechtigkeit ist schon ein Thema. Also wir wissen, dass Klimawandel zum Beispiel Frauen verstärkt trifft. Warum? Frauen werden älter. Wir wissen, dass gerade so brennende Hitzewellen, wie wir diese Tage sie auch verspüren und in Zukunft auch noch verspüren werden, gerade für ältere Menschen ein großes Problem sind. Wenn Frauen älter werden, sind übermäßig Frauen zum Beispiel betroffen. Sie haben auch weniger Einkommen. Das heißt, sie können sich oftmals im privaten Raum nicht so richten. Einen Pool einbauen in die Mietwohnung geht zum Beispiel schwer. Also ist Klimagerechtigkeit schon ein Thema, das uns natürlich auch als SPÖ sehr stark betrifft und das wir auch thematisieren wollen und wo es sehr stark darum geht, dass die obersten 10 Prozent viermal so viel CO2 ausstoßen wie quasi die ärmsten 10 Prozent und hier eine gewisse Ungleichheit besteht, wenn ich superreich bin, Milliardärin, Millionärin und mit meinem Privatjet von Ort A nach B jette und hier Unmengen an CO2 ausstoße, ist das ungerecht, wenn andere Menschen sich dafür eben in der Wohnung unter Zuständen einfach wiederfinden, dass man in dieser Wohnung kaum noch leben kann, weil zu heiß ist. Bei den Auswirkungen ist das klar, aber wenn ich klimagerechter agiere, was weiß ich, wenn ich mehr mit dem Fahrrad fahre als mit dem Auto, mache ich die Gesellschaft nicht gerechter. Da ist das nicht ein Problem. Aber unser sozialdemokratischer Ansatz ist auch, dass Klimapolitik nicht individualisiert sein darf. Also vorher, wie wir vom Parlament quasi hierher gekommen sind, ins Museumsquartier, haben junge Menschen erneut vom Parlament demonstriert, weil sie sagen, wir brauchen ein Klimagesetz. Das ist überfällig, seit über 900 Tagen und da geht es auch darum, dass eben Klimapolitik nicht individualisiert wird und man eben nicht mit Fingerzeig sagt, es ist jetzt die Schuld des Individuums, weil man nicht auf Hausnummer die Bambuszahnbürste gesetzt hat, sondern Klimapolitik ist etwas, wo es Rahmenbedingungen braucht, wo es natürlich auch eine industrielle Wende braucht in Richtung grüner Transformation, wo es auch darum geht, Gesetze zum Beispiel auf Europaebene zu beschließen. Renaturierungsgesetz beispielsweise, wo es ja leider keinen Erfolg gab im Europaparlament. Hier gab es konservative Widerstände und das ist schon sehr wohl sozialdemokratische Politik, auch wenn ich zum Beispiel an ein Lieferkettengesetz denke. Dass ich nicht als Konsumentin entscheiden kann oder weiß, ist dieser Teppich zum Beispiel unter Produktionsbedingungen entstanden, wo keine ausbeuterische Kinderarbeit passiert, wo nicht die Umwelt geschädigt worden ist, da braucht es ein Lieferkettengesetz, dass das transparent auch eingehalten wird. Menschenrechte, Kinderrechte, Umweltschutz und ich nicht als Individuum hier eben abhängig gemacht werde. Sie haben ja vorher gesagt, Herr Babler möchte vor allem konkret die Probleme der Leute ansprechen und auf der Ebene ist es ja meistens der Pendler oder die Pendlerin, die vielleicht SPÖ wählt und die jetzt gesagt bekommt, na du mit deinem Auto, böse, böse, du sollst bitte auf Öffis umsteigen oder mit dem Rad kommen. Jetzt hat Herr Babler auch gesagt, er wäre für Tempo 100, er hat sich gegen den Lobautunnel ausgesprochen, er für den Lobautunnel, gegen den Lobautunnel ausgesprochen. Wie soll sich das in Zukunft ausgeben? Die SPÖ ist doch eigentlich aus ihrer Geschichte heraus auch eher die Autopartei. Na wir sind auch die Partei des öffentlichen Verkehrs auf jeden Fall, wenn ich nach Wien schaue und hier fahren Straßenbahnen, U-Bahn, Busse, man hat Zugnotenpunkte, dann ist die SPÖ vor allem auch die Partei des öffentlichen Verkehrs. Das funktioniert nicht flächendeckend in ganz Österreich, das muss man leider auch sagen, deswegen ist das Auto in manchen Regionen nach wie vor notwendig. Aber hier haben wir immer darauf gesetzt, den öffentlichen Verkehr auszubauen und gerade SPÖ-Verkehrsministerinnen und Minister haben viele ÖBB-Projekte, Schienenprojekte auch quasi umgesetzt oder den ersten Stein gelegt. Also hier ist es ein ganz zentraler Beitrag auch für den Klimaschutz. Und dass wir zukünftig auch darüber diskutieren müssen, den LKW auf die Schiene zu bringen zum Beispiel. Einerseits, weil es ganz individuell mich selber betrifft, wenn ich in einer Siedlung lebe, wenn ich in einer kleinen Ortschaft lebe und der LKW dann nicht mehr durchbrauche, weil er sich vielleicht Maut sparen will oder muss, sondern auf der Schiene dann dahin rollt, ist das auch etwas, was natürlich das einzelne Individuum trifft, durch gerechtere Politik, weil man dann eben vom Verkehr, vom Lärm zum Beispiel nicht mehr so betroffen ist. Aber Stichwort Lärm, die SPÖ kann sich ja nicht einmal darauf einigen, ob es jetzt für oder gegen Tempo 100 ist, was beim Lärm, bei der Lärmbelästigung einen großen Unterschied machen würde. Aber auch hier ist es so, dass regional sehr wohl Temporeduktionsinitiativen unterstützt werden. Also wurscht, ob das in Treskirchensilber war zum Beispiel oder in Gemeinden, in Kommunen, auch im Burgenland, da gibt es ja viele Initiativen und auch, ich weiß jetzt die exakte Zahl nicht, bitte mich nicht festzuneigeln, aber ich glaube rund 40 Prozent der Autobahnen, da ist schon Tempo 100 quasi umgesetzt. Also hier muss man auch das wirklich in Relation setzen. Es ist natürlich für die Regionen, für auch zum Beispiel Spielstraßen ganz zentral, dass der Verkehr gesenkt wird, gedrosselt wird. Und da, wo Anrainerinnen, Anrainer, wo die Bevölkerung auch mitgeht, unterstützen wir immer derartige Initiativen. Aber sind Sie für Tempo 100, so generell? Wären Sie dafür? Sie sind mit dem Rad hergekommen? Ich bin mit dem Rad hergekommen. Sie wirken sehr ökologisch motiviert. Ich bin wirklich heißblütige Zugfahrerin, nachdem ich den Luxusarbeit von Wels nach Wien eine extrem gut ausgebaute Strecke auch vorzufinden. Aber wie gesagt, man muss sich das, glaube ich, ganz generell anschauen. Aber natürlich, auf der individuellen Ebene versuche ich, dort oder da mein Tempo zu drosseln. Aber das ist ja nicht eine individuelle Frage. Da muss die SPÖ irgendwie zu einem Schluss kommen. Es ist wie die Bambuszahnbürste. Da soll ja nicht jeder selbst entscheiden, ob er 100 fährt. Und auch, wie gesagt, mein persönliches Verhalten entspricht vielleicht eher dem. Aber ja, es hat da jetzt im Zuge der Parteibefragung natürlich Diskussionen darüber gegeben. Es gab auch diese Frage nach Tempo 100. Aus dem Burgenland keine riesige Begeisterung. Es gab auch diese Frage eben nach Tempo 100, wo Andreas Babler seine Positionierung auch geäußert hat. Wir haben aber auch gesagt, dass gerade diese inhaltlich vielleicht noch zu diskutierenden Themen, wo es jetzt keine Beschlusslage gibt, etwas ist, was wir versuchen zu diskutieren, wo Andreas Babler mit seiner Bezirksstur auch wirklich hier die unterschiedlichen Bedürfnisse auf seiner Tour mitnimmt und wird das dann bei einem Parteitag auch zu einem Abschluss bringen. Aber wie wird das sein? Gibt es dann Veranstaltungen, wo jetzt, sagen wir, die Vertreter der SPÖ Burgenland, die sagen, na, Tempo 100 wollen wir gar nicht ihre Argumente vorbringen und andere, die sagen, ja, das soll sein, das ist vernünftig und man hat dann einen öffentlichen Meinungsbildungsprozess oder passiert das irgendwie unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Das fließt in die Tour mit ein. Also Andreas Babler ist bei den verschiedensten Veranstaltungen und da gibt es auch verschiedenste Formate. Da wird es diskutiert, da wird es in Gesprächen einfach auch eben ganz individuell erläutert. Aber natürlich passieren parallel dazu auch die Einholung von Fakten, die Gespräche mit Expertinnen und Experten dazu. Also da passiert sehr viel parallel. Aber wie gesagt, Ziel ist es natürlich, diese Diskussionen auch bei einem Parteitag zum Abschluss zu bringen. Fix zum Abschluss zu bringen. Das heißt, wir werden im Herbst beim Parteitag dazu eine klare Richtlinie haben. Wie gesagt, die Diskussionen laufen. Dem Ergebnis des Parteitages kann ich nicht vorgehen. Aber der Zeitpunkt sollte sein. Stimmen die legierten Anträge ab und ich bin mir sicher, dass es auch verkehrsspezifische Anträge und Positionierungen da geben wird. Wird es am Parteitag auch Anträge geben, die in Richtung Frauenquote gehen? Ich frage deshalb, weil sie sind ja auch Frauenvorsitzende und die SPÖ hat nicht nur mit Randy Wagner ihre Vorsitzende verloren, sondern es sind mittlerweile alle neun Landesvorsitzenden Männer. Und auf der Landesgeschäftsführerebene gibt es noch eine Frau in Wien. Also eigentlich ein desaströses Bild. Braucht es da harte Maßnahmen innerhalb der Partei, damit sich das wieder ändert? Wir brauchen natürlich immer mehr Frauen in der SPÖ. Nichts anderes würde ich mir erlauben, an dieser Stelle auch zu sagen. Es ist die Quote im Statut verankert. Das ist gut so. Da würden wir nie auch ein Rütteln auch ansatzweise zulassen. Aber nur für Mandatarinnen und nicht für die Funktionärsebene. Ja, auch da muss man natürlich schauen, dass wir durchmischter werden und dass Frauen auch die Unterstützung in den Parteigremien erfahren. Das haben wir leider schmerzlich gelernt. Von der Parteispitze angefangen auf Bundesebene bis natürlich auch in Oberösterreich haben wir mit Birgit Gerstaffer ja ganz einen ähnlich gelagerten Fall leider gehabt. Und Ziel muss es sein, dass künftig wieder mehr Landesparteivorsitzende auch in der SPÖ weiblich sind. Wir haben da schon mal eine bessere Bilanz gehabt. Das ist auf jeden Fall nicht zu akzeptieren, dass es so bleibt in der Zukunft. Wir haben auf Bundesgeschäftsführerinnen-Ebene mit Sandra Breiteneder auch eine Frau in der Doppelspitze. Das war unabdingbar notwendig und mit Patricia Huber eine großartige Kommunikationschefin. Aber natürlich muss sie das dann auch in den Funktionen in der Partei widerspiegeln. Also hier braucht es Stärkung der Frauen in der Partei. Wir sind nicht am Ende der Fahnenstange angekommen von Mentorinnenprojekten etc. Aber klar, wir müssen hier auch weiblicher werden. Stichwort Vorbildwirkung. Dem Vernehmen nach hätten Sie auch die Möglichkeit gehabt, Klugchefin zu werden, aber haben gesagt, Sie haben so viele andere Aufgaben, deswegen lieber die Vize-Chefin. War das klug im Nachhinein? Ich habe die Funktion der Bundesfrauenvorsitzende angenommen oder bin gewählt worden. Wir haben ja auch drei Kandidatinnen damals 2021 bei der Frauenkonferenz gehabt und mir war vollkommen bewusst, in wessen Fußstapfen ich da trete. Jene von Barbara Brammer, von Johanna Donal, von Gabriele Heinz-Schossig und vielen anderen tollen Genossinnen, Helga Conard, die frauenpolitisch Meilensteine für Österreich bewegt haben und auch darüber hinaus. Gerade wenn ich zum Beispiel auch an Johanna Donal denke, die in vielen, vielen anderen Bereichen auch sehr aktiv war, Friedensengagement beispielsweise. Und dass das nichts ist, wo man leichtfertig noch viele, viele weitere Funktionen oder Tätigkeiten auch annehmen kann. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Philipp Kucher als Klubobmann vorgeschlagen worden ist und mir war klar, ich möchte ihn unterstützen. Aber der Frauenvorsitzende ist etwas, was ich wirklich sehr wichtig finde. Es ist eine unglaublich große Aufgabe, die man nicht leichtfertig mit 100.000 Nebenamteln bestreiten kann und voll. Frau Holzleitner, wie wichtig ist Ihnen Gender? Ich frage das deshalb, weil jetzt durch die Landeshauptfrau in Niederösterreich eine Diskussion ausgelöst wurde, die sagt, das ist normal, sie möchte eine Politik machen für normale Leute der Mitte, das soll normal sein und Gendern offensichtlich in Niederösterreich ist nicht, gilt nicht, das ist so ganz normal. Und da gibt es eine Diskussion auch innerhalb der Regierungsparteien. Der grüne Chef Kogler sagt, diese Geschichte mit den normalen Menschen, das ist Präfaschistoid. Was schon ein unglaublich harter Aussage ist. Ist das angemessen aus Ihrer Sicht, diese Kogler-Aussage Präfaschistoid für den Normalfetischismus, den es in Niederösterreich gibt? Also mir ist dieser Kommentar von Johanna Mikl-Leitner unglaublich geärgert, ehrlicherweise, weil natürlich geschlechtergerechte Sprache schafft andere Bilder. Und wir kennen diese Beispiele von, diese Gedankenbeispiele, wo man zum Beispiel auch davon spricht, Unfall, der Sohn ist im Krankenhaus, wer operiert der Arzt? Und man denkt sehr oft natürlich an einen Mann, wenn man sagt, die Ärztin hat mal ein anderes Bild im Kopf. Und alle diese Gedankenexperimente zeigen, Sprache schafft natürlich auch Realitäten und Bilder und das ist ganz wesentlich. Was mich an dieser Diskussion aber so ärgert ist, Johanna Mikl-Leitner versucht ja quasi Gendern zu diffamieren, weil normale Leute das nicht mehr möchten und weil es auch für die Frauen nichts ändert. Naja, wir sehen ehrlicherweise rechtskonservative Parteien verhindern jeglichen frauenpolitischen Fortschritt, jeglichen geschlechterpolitischen Fortschritt, egal in welchem Bereich und verwenden hier Gendern als Deckmantel, um auch andere Dinge nicht möglich zu machen. Und deshalb finde ich diese Diskussion und habe diesen Kommentar unerträglich gefunden, weil es frauenpolitisch einfach viel mehr widerspiegelt. Aber wenn man sagt, Leute, die meiner Meinung nach sind normal, dann sagt man auch, andere sind abnormal. Und da ist, glaube ich, das Argument des Kogelner, das ist präfaschistoid. Nochmals, finden Sie das angemessen? Demokratiepolitisch andere Meinungen nicht zu akzeptieren. Ich kann denen etwas entgegnen und ich kann sie nicht gut finden. Aber so kategorisch abzulehnen ist immer schwierig. Natürlich, wir haben in einer Demokratie unterschiedliche Parteienzugänge und Meinungen. Wie gesagt, inhaltlich dem vehement etwas zu entgegnen ist wichtig. Das ist ja auch der Diskurs, der im Parlament bei Sitzungen jedes Mal aufs Neue stattfindet. Ob ich die Formulierung präfaschistoid verwenden würde, weiß ich nicht. Aber insofern hat Werner Kogler mit seiner Intention dahinter recht, weil wir sehen ja, dass diese Angriffe immer scheibchenweise passieren. Es passiert sehr schnell bei Frauen. Es beginnt mit eben geschlechtergerechter Sprache und geht dann viel weiter eben mit Einschnitten im Abteilungsrecht, mit wirklich auch dem Ausgrenzen und Verbieten von gleichgeschlechtlicher Partnerschaft etc. All das ist etwas, was wir sukzessive in genau dieser Diktion in anderen Ländern in Europa leider feststellen haben müssen. Polen, Ungarn etc. Und dieser erste Einschnitt, dass man sagt, gendern ist abnormal, ist nichts für normal denkende Menschen, ist auch ein Schritt in dieser Salami-Taktik, die man eben wirklich aufs Schärfste zurückweisen muss. Sie haben es schon angesprochen, andere Länder haben das schon, diese Kulturkampfpolitik. In den USA ist das mehr oder weniger von der religiösen Rechten erfunden worden. Jetzt wird es quasi zu uns importiert. Wird man im Nationalratswahlkampf mit Sachthemen überhaupt noch durchkommen können? Ich glaube, man muss, weil natürlich eben, wenn man sich die aktuelle tagespolitische Lage anschaut oder die großen Problemlagen oder bei Menschen fragt, was ist, was stört dich, wo hast du gerade ein Problem, dann sind es eben Dinge wie eben die Teuerung, wie wir vorher schon gesprochen haben, dass die Preise eben so exorbitant steigen, dass es vielleicht in ländlichen Regionen eben keine sogenannte Wahlfreiheit, wie oftmals bemüht wird, gibt, weil die Kinderbetreuung nicht ausgebaut ist, weil eben zum Beispiel Frauen auch aufs Auto zurückgreifen müssen, weil das Kind eben zum Kindergarten braucht werden muss und dann vielleicht in eine Freizeiteinrichtung, in irgendeinen Verein etc. und weil da eben nicht die Möglichkeit besteht, auf den öffentlichen Verkehr zurückzugreifen. Also natürlich, die individuellen Problemlagen sind andere als polarisierende Diskussionen und ich glaube, dass die sehr wohl Platz haben müssen in einem Balkan. Ich möchte dann zur Außenpolitik kommen und zur Situation in Europa, wo wir in den letzten Tagen für die österreichische Außenpolitik eine plötzlich auftragende, ziemlich intensive Diskussion begonnen haben, ob sich Österreich, ob es richtig ist, dass sich Österreich einer von der NATO kommenden Initiative zum Luftraumschutz anschließen soll oder nicht. Die Verteidigungsministerin sagt ja, hat unterzeichnet den Plan, dass Österreich da mitmacht, die Schweiz macht auch mit, aber es ist klar eine NATO-Initiative. Die SPÖ hat sich da bisher ein bisschen zurückgehalten und sagt, wenn ich richtig verstehe, das ist ein Alleingang der Verteidigungsministerin, das freut uns nicht, das hätte mehr im Parlament diskutiert werden sollen. Aber angesichts der Bilder, die wir aus der Ukraine haben, wo Drohnen auf Wohnhäuser gehen, Raketen auf eine Pizzeria geht, also angesichts einer solchen Situation muss man da nicht sagen, ja, das ist eine richtige Richtung, dass wir in Europa den Schutz des Luftraums gemeinsam organisieren, NATO-In oder NATO-R, weil allein die Österreicher und die Schweizer nicht schaffen, statt jetzt zu sagen, ja, das hätte man anders parlamentarisch machen müssen. Ist das nicht grundsätzlich eine richtige Entscheidung, zu sagen, in der Situation müssen wir mehr europäisch sein? Wir lehnen Sky Shield nicht grundsätzlich ab und Philipp Kucher hat das ja letzte Woche auch zum Beispiel in Interviews schon dargelegt, aber die Neutralität ist sehr wohl in Österreich ein hohes Gut, das auch berücksichtigt werden muss. Und die Diskussion im Parlament, gerade wenn auch zum Beispiel ein nationaler Sicherheitsrat getagt hat, ist insofern schon sehr wichtig, weil mündliche Zusagen alleine, dass das mit der Neutralität vereinbar ist, einfach nicht ausreichen. Und hier mehr Information, was bedeutet das für Österreich, wenn wir Sky Shield beitreten und wie gesagt, wir lehnen nicht grundsätzlich die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger und unseres Luftraums ab, schon sehr wichtig gewesen wäre. Gerade auch, wenn im Bundeskanzleramt sich zum Beispiel der Verfassungsdienst befindet, den man auch ganz bewusst zum Beispiel mit einem Gutachten beauftragen hätte können, dem man dem Parlament vorlegt, den Abgeordneten vorlegt, und sagt, schaut, wir haben uns das natürlich angeschaut, ist das vereinbar mit der Neutralität? Ja oder nein? Die Expertise des Verfassungsdienstes sieht das so und so. Und hier einfach nur diese mündlichen Zusagen, diese wagen Zusagen der Landesverteidigungsministerin waren ja uns einfach ein Stück zu wenig in einer doch heiklen Frage. Aber wir lehnen nicht grundsätzlich ab. Grundsätzlich eben ist es nicht wichtiger, dass wir geschützt werden, als ob das jetzt mit irgendeinem Paragraf der Neutralität übereinstimmt. Sie sagen, das ist, die Frage ist, werden wir in einer solchen Situation, wenn Österreich bedroht werden könnte, ich weiß nicht, Deutschland bedroht werden könnte, Bratislava bedroht werden könnte, das wissen wir alles nicht. Das ist wahnsinnig viel ins Schleudern geraten. Ob das jetzt mit der Neutralität vereinbar ist, muss ich ehrlich sagen, ist mir weniger wichtig, als dass ich weiß, dass wir geschützt sind, besser geschützt sind. Aber deswegen lehnen wir den Schutz ja auch nicht, also die Sicherheit ist extrem wichtig und lehnen wir das Sky-Schild nicht per se ab. Aber es ist, glaube ich, sehr wohl die Aufgabe von Abgeordneten auch auf das zu schauen, was in der Verfassung steht und auch was die Neutralität besagt und hier einfach auch Informationen zu verlangen. Ob das vereinbar ist mit der Neutralität, ob wir zum Beispiel bei Sky-Schild bedingungslos quasi das Kommando haben oder ob hier eben NATO-Staaten zum Beispiel das Kommando übernehmen können. All das sind wichtige Informationen, die die Verteidigungsministerin, den Abgeordneten, dem Parlament nicht zukommen hat lassen. Und deshalb einfach unsere Sicht, man hätte hier den Verfassungsdienst einfach auch mit ins Boot holen können. Man hätte diese Fragen von Anfang an auch in der Diskussion mitnehmen können, gleich klären können und nicht einfach nur vage zu sagen, ja, das passt eh irgendwie. Und wie gesagt, hier einfach auch ohne die Vorabinformation zu sagen, wir unterzeichnen auch diese Erklärung, dass wir Sky-Schild beitreten wollen. Es gibt ja Experten, die auch sagen, ja, es ist nur eine Einkaufsplattform. Aber all diese Informationen, ist es nur eine Einkaufsplattform oder ist es mehr? Und wie schaut es dann aus? Wer hat hier Zugriff? Wie stimmt man sich ab? Wurde dem Parlament nicht zugeleitet? Und deshalb waren für uns in der Entscheidung und nach der Ankündigung, nach dem Alleingang der Ministerin hier einfach auch noch Fragen offen, die wir als mündige Abgeordnete durchaus auch stellen dürfen und müssen. Weil Sie gesagt haben, die Neutralität ist ein hohes Gut. Sie ist vor allem in allen Umfragen zu über 75 Prozent bei den Österreichern sehr beliebt, weil viele Österreicher glauben, dass die Neutralität uns quasi Frieden und Sicherheit garantiert. Aber das ist ja schon lange nicht mehr so und das weiß eigentlich auch jeder, der sich damit beschäftigt. Warum hält die SPÖ quasi an diesem, wir reden nicht über Neutralität, wir wollen hier nicht weiterentwickeln, Dogma fest? Wäre das nicht gerade als progressive Oppositionspartei ein Thema, wo man sich positionieren könnte und vielleicht auch einmal darüber reden könnte, wie man die Neutralität weiterentwickelt in Richtung Solidarität? Wir wehren uns nicht grundsätzlich gegen einen Diskurs, was Neutralität im Jahr 2023 bedeutet. Wie gesagt, deshalb auch keine grundsätzliche Ablehnung von Sky Shield, sondern einfach, wie ist das vereinbar? Uns ist aber auch sehr bewusst, und gerade wenn wir jetzt heute diese Diskussion in Wien führen, dass wir Sitz eines diplomatischen Standortes zum Beispiel sind und viele internationale Organisationen auch in Wien sitzen, die hier auch sitzen zum Beispiel, weil wir neutral sind. Und das ist für uns einfach schon ein wichtiger Faktor und ein wichtiger Punkt. Aber wie gesagt, wir lehnen nicht grundsätzlich die Diskussion ab, was heißt Neutralität 2023? Und Neutralität 2023 heißt natürlich auch, solidarisch zu sein mit der Ukraine im Bereich des humanitären Engagements, wo wir wahnsinnig viel Unterstützung liefern und das auch bedingungslos, wie gesagt, im humanitären Bereich so passieren muss. Weil es nicht sein kann, dass Kinder eine zerbombte Schule vorfinden und auf einmal keinen Unterricht mehr haben können und in vielen anderen Bereichen. Also wie gesagt, das ist uns schon auch sehr bewusst und sehr wichtig. Und vielleicht braucht auch die SPÖ ein bisschen eine Diskussion um Sicherheitspolitik, weil es gerade in der Haltung gegenüber dem Ukraine-Krieg immer wieder aus meiner Sicht merkwürdige Äußerungen aus der SPÖ gibt, die eigentlich den ukrainischen Verteidigungskrieg auf gleicher Stufe stellen wie dem russischen Angriffskrieg. Ich weiß, die SPÖ sagt, das war ein russischer Angriffskrieg und wir sind dagegen. Aber gleichzeitig sagt der Abgeordnete Marzneta, beide Seiten wollen nicht, dass die Waffen schweigen. Oder der Herr Kucher sagt, die haben wir das angeschaut, das ist schrecklich. Es ist ein sinnloser Krieg auf beiden Seiten. Für die Ukraine ist es kein sinnloser Krieg. Die müssen sich verteidigen. Ein Verteidigungskrieg ist kein sinnloser Krieg. Ist da in der SPÖ in Wirklichkeit noch ein Diskussionsbedarf, was das für Konsequenzen hat, wenn man sagt, das ist ein russischer Angriffskrieg? Bei vielen ist das offensichtlich nicht wirklich angekommen. Wir haben natürlich auch darüber diskutiert und möchte es auch ganz offen ansprechen über die Rede von Präsident Zelensky bei uns im Parlament. Das haben wir ganz, ganz offen diskutiert. Und ich halte es auch für gut, dass Christoph Marzneta sich nach diesem Tweet auch entschuldigt hat und es auch klargestellt hat, weil natürlich der Aggressor ist Russland. Und im Rahmen unserer Neutralität, wie gesagt, ist es für uns extrem wichtig, hier auch zu unterstützen mit humanitärer Hilfe im Rahmen eben der Neutralität. Aber klar, wie gesagt, der Aggressor ist Russland, Unterstützung für die Ukraine. Und das ist schon zentral. Und wie gesagt, wir haben auch über das gesprochen, wie hier in dem Bereich unsere Performance war. Und ich halte es für sehr wichtig, dass der Kollege Marzneta das auch klargestellt hat. Sind das Altlasten oder was ist da das Problem? Weil es tauchen ja immer wieder die gleichen Problembären auf in dem Bereich. Ich würde sie nicht Problembären nennen, sondern der Kollege Marzneta ist ein Genosse, den ich eigentlich sehr schätze, weil er in vielen anderen Bereichen ja große Expertise auch mitbringt. Keine Frage, aber in dem Bereich? Für unsere parlamentarische Arbeit sehr wichtig ist. Wie gesagt, es wurde klargestellt, das halte ich auch für wichtig und unsere Solidarität ist mit der Ukraine. Und das zeigt auch unser Abstimmungsverhalten bei allen Anträgen im Parlament, wo wir klar immer den Aggressor benannt haben, wo wir über vier Parteien eigentlich Dinge beschlossen haben und hier vier Parteien im Parlament auch eine Linie vertreten. Manche gehen ein bisschen weiter und sehen die Neutralität als nicht mehr so zeitgemäß. Natürlich, das wissen wir auch in der Diskussion, aber bei den konsensualen Anträgen gibt es eine Meinung von vier Parteien im Parlament. Das ist auch gut so. In meiner Jugend bin ich mit dem Christoph Marzneta auf die Straße gegangen und da hat mich engagiert für den vietnamesischen Befreiungskampf. Das war ganz klar, da hat sich nicht eine Herumgerede gegeben, Waffelstillstand oder beide sind irgendwie schuld, sondern hat man gesagt, USA raus aus Vietnam. Und muss man nicht heute eigentlich, der Kern ist Russland raus aus der Ukraine. Das ist die einzige Parole, die irgendwie, wenn man will, wir sind ja Außenstehende, wir sind nicht unmittelbar involviert, die es eigentlich geben kann. Der Christoph Marzneta war uns auch im Podcast bei uns und wir haben da eine durchaus lebendige Diskussion. Aber mir fehlt diese Klarheit in der SPÖ. Muss es einen Schub geben in Richtung Meinungsbildungsprozess, weil es offenbar Defizite gibt in der SPÖ in der Frage Außenpolitik und Ukraine, Krieg? Wie gesagt, wir haben wirklich versucht, das auch in der letzten Zeit durchaus klarzustellen, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Natürlich diesen Krieg begonnen hat, vollkommen klar. Und das muss auch so benannt werden. Ich finde, es ist aber trotzdem auch wichtig zu sagen, dass gerade sozialdemokratische Initiativen oder wo sozialdemokratische Personen dahinterstehen, sehr wohl unterstützen. Ich denke, ganz Burgenland, das sehr viele Feuerwehrfahrzeuge zum Beispiel auch in die Ukraine geschickt hat. Oder es engagieren sie total für Genossinnen und Genossen auch bei Initiativen der Volkshilfe, die seit Tag 1 in der Ukraine versuchen, den Menschen dort zu helfen, wieder aufzubauen, auch Medikamente zu liefern, Dinge des täglichen Bedarfs. Und diese Unterstützungsleistung halte ich für extrem wichtig und basiert mit voller Unterstützung auch der SPÖ. Humanitäre Unterstützung, klar. Politische Unterstützung, finde ich, fällt in der Klarheit, in der man sagt, man hilft auf der humanitären Seite. Aber wie gesagt, parlamentarisch haben wir hier allen Initiativen, die einen breiten Vier-Parteien-Konsens benötigt haben oder gefunden haben, auch immer unterstützt. Vielleicht brauchen einfach ein paar, ein bisschen Nachschulung. Ich glaube, Diskussion und konstruktive Kritik ist immer gut. Davon wächst man und entwickelt sich weiter. Vielleicht sollten Sie mit dem Parteivorsitzenden nach Kiew fahren. Einfach in Kiew mit den Verantwortlichen dort sprechen. Das wäre, glaube ich, eine Initiative auch von sozialdemokratischer Seite, die helfen könnte, um dieses Bild, das da ist, dass die Sozialdemokraten immer beide Seiten mehr oder weniger auf die gleiche Stufe stellen, zu korrigieren. Ich weiß, dass auf jeden Fall Christoph Matznetter demnächst in die Ukraine fahren wird, um hier eben auch das Bild zu korrigieren. Mit Andreas Babler habe ich diesbezüglich noch nicht gesprochen, aber letzte Woche während der Nationalratssitzung ist natürlich darüber diskutiert worden. Und da hat Christoph Matznetter schon ein Reisedatum quasi im Blick. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zur Innenpolitik, beziehungsweise überhaupt zur SPÖ-internen Politik, weil wenn man sich anschaut, was der neue Vorsitzende Babler alles angekündigt hat und was er möchte, dann wird einem relativ bald klar, dass eigentlich der größte Brocken oder der größte Bremser für die bablerschen Visionen und Reformen in Wien schützt, nämlich Michael Ludwig. Also Stichwort Vorsitzwahl durch die Basis, Koalitionspakt von der Basis abstimmen lassen. Tempo 100 hatten wir schon, Cannabis-Legalisierung war ein Thema, dann der Lubau-Tunnel, die 32-Stunden-Woche. Das sind alles Themen, wo sich Wien skeptisch äußert, bis hin zu, wo sich querlegt. Rostet das rote Wien? Absolut nicht. Michael Ludwig hat auch nachdem... Wenn man an vielen Ecken und Enden schaut. Also deswegen würde ich nicht sagen, dass Wien rostet. Es ist eine riesengroße U-Bahn-Baustelle, gerade wenn wir vorher auch über das Thema Klimaschutz natürlich... Aber mir geht es natürlich um die Babler-Ankündigungen. Michael Ludwig hat, nachdem Pamela Rendi-Wagner nach der Veröffentlichung des Befragungsergebnisses gesagt hat, dass sie am Parteitag nicht antreten wird, auch Andreas Babler unterstützt. Und das schon auch, weil die Politik, für die Andreas Babler steht, etwas ist, die Michael Ludwig unterstützt. Hat er nicht Babler nur unterstützt, weil er keinesfalls wollte, dass DOSCO-Ziel am Ende gewinnt? In den Gremien hat er das durchaus anders formuliert, wie gesagt, und da schon sehr wohl auch die Inhalte unterstützt. Und auch bei einer Arbeitszeitverkürzung. Wir stehen für die kollektivvertraglichen Verhandlungen, die die Sozialpartner, Sozialpartnerinnen führen und auch ausverhandeln. Da ist ja in einigen Teilen auch schon eine Arbeitszeitverkürzung, wenn ich zum Beispiel an den Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft denke, schrittweise, in kleinen Schritten, aber trotzdem schrittweise eingeleitet. Und diese kollektivvertraglichen Verhandlungen für eine Arbeitszeitverkürzung unterstützt natürlich Michael Ludwig genauso. Aber der härteste Brocken wird doch die innerverteiliche Demokratisierung oder die Basismitbestimmung. Also da hat Ludwig doch so klar gesagt, das will er nicht. Das wird sicherlich noch eine Diskussion, die wir führen, wo sich auch eine Gruppe, die sich mit unseren Statuten beschäftigt, auch auseinandersetzen wird damit, wo sicher Kompromisse gefunden werden müssen. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, das ist aber gut, dass das parteiintern auch passiert, weil es ist etwas, was unsere Mitglieder betrifft, natürlich unsere Funktionärinnen und Funktionäre, die Genossinnen und Genossen. Und was trotzdem vielleicht nicht so die Wahlentscheidung für eine Wählerin, einen Wähler bei der Nationalratswahl sein wird. Also es ist gut, dass wir diese Diskussionen rund um Parteidemokratisierung führen, weil es auch attraktiv macht, Mitglied zu werden. Aber es ist auch trotzdem sinnvoll, das intern zu führen, nicht am Balkon, sondern in dieser Statutenarbeitsgruppe. Und es soll ein Kompromiss gefunden werden, der dann bei einem Parteitag im Herbst auch zur Abstimmung gebracht wird. So intern wird es aber nicht geführt. Also es haben sich die Oberösterreicher schon positioniert, die Steirer haben sich positioniert. Also es ist doch auch gut, wenn man ein bisschen transparenter diskutiert. Dieses alles nur intern diskutieren, das hat ja auch viele gestört an der Partei. Viele fanden das ja auch gut, dass Dinge mal offen ausgesprochen und ausgetragen werden. Also wenn wir jetzt wieder zurückkehren zu diesen hinter verschlossenen Türen, alles ausmachen, bin mir gar nicht sicher, ob das die neuen Mitglieder, und derer sind es ja doch, 10.000, ob die das so super finden. Wird es ja auch nicht. Also diese Statutenfrage muss natürlich trotzdem vorbereitet werden in einer Arbeitsgruppe, weil wenn ich dann einen Antrag habe, der am Parteitag abgestimmt werden soll, dann ist auch die Gruppe der Delegierten am Parteitag nicht nur ein ganz klein, klein Kreis, sondern das sind mehrere hundert Personen. Trotzdem braucht es eine Vorbereitung in einer derartigen Arbeitsgruppe. Aber natürlich, es sind viele Mitglieder deshalb Mitglied geworden, weil, gerade in der jüngsten Zeit, weil sie bei der Befragung mitmachen wollten, weil sie mitsprechen wollten, wie sich die SPÖ in der Zukunft entwickelt. Und zum Beispiel auch mitsprechen wollten, was ja von Andreas Babler angekündigt war, wie eine Koalition ausschauen soll, wenn es möglicherweise Koalitionsveränderungen gibt und so, was dann das Ergebnis ist. Ich habe da jetzt eine Frage, weil doch von Andreas Babler ziemlich dezidiert gesagt wurde, also mit der ÖVP, so wie sie heute da ist, will er gar nicht koalieren. Jetzt, wenn man sich in Europa das anschaut, eigentlich die Entwicklung der verschiedenen Staaten, ob das jetzt in autoritäre Richtung geht oder nicht, hängt ganz wesentlich von den bürgerlichen Parteien ab. Ob die bürgerlichen Parteien in Richtung Rechtsradikale gehen, FPÖ oder VOX in Spanien oder auch in Deutschland, in den Bundesländern ist ja das eine Diskussion. Oder ob die bürgerlichen Parteien gewonnen werden für eine Politik, die sich abgrenzt von den Rechtsradikalen. Wenn man jetzt sagt, mit der ÖVP will man nicht, drängt man nicht die ÖVP sozusagen in die Arme des Kickl und der FPÖ. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ein Punkt nur zu davor, es soll auf jeden Fall eine Mitgliederinitiative, also eine Themeninitiative auch zum Mitmachen geben. Also es geht nicht nur um Koalitionsverhandlungen oder auch den Parteivorsitz direkt wählen, sondern um viele Beteiligungsmöglichkeiten, die man erweitern möchte. Also da ist auch was in Vorbereitung durch die Bundesgeschäftsführung, durch Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim. Und die Frage der Koalitionen, nachdem ich ehrlicherweise die letzten Nationalratswahlen, die letzten zwei selber mitbestritten habe und auch viele Versprechungen gehört habe, wer denn nicht mit wem koalieren würde, halte ich es für sehr sinnvoll, Wahlen zuerst zu bestreiten und dann sieht man die Wahlergebnisse. Unser Ziel ist es und muss es sein, dass es keine Koalitionsmöglichkeit ohne die SPÖ gibt und dass wir sehr, sehr stark werden bei der nächsten Wahl. Und eins ist auch klar, mit der FPÖ gibt es keine Koalition mit uns. Das sagen unsere Beschlüsse, das halte ich für sehr gescheit. Man sieht in allen verschiedenen Konstellationen, wo die FPÖ mitregiert, dass gerade für die Frauen nichts Gutes heißt, Stichwort Herdprämie in Salzburg, aber auch natürlich, wir haben vorher schon über geschlechtergerechte Sprache gesprochen und vieles mehr, das auch aus der konservativen Richtung kommt. Ziel muss es sein, natürlich eine progressive Mehrheit wäre besonders super, aber die SPÖ zur stärksten Kraft zu machen und keine Koalition ohne unsere Mitwirkung möglich zu machen, es muss das Ziel sein. Also die Frau als Leiter schließt die ÖVP nicht aus? Nein, ich halte es nur nicht immer für gut, wie sagt man so schön, das Fell des Bären nicht zu verteilen, bevor er erlegt ist. Und deshalb muss die nächste Wahl erst quasi geschlagen werden. Und ich glaube, es ist wichtig für uns als SPÖ eben jetzt, nach gerade dieser Zeit, wo Teile in der SPÖ noch sehr vulnerabel sind, uns zu stärken, gemeinsam nach außen zu gehen. Mit Andreas Babler haben wir einen Vorsitzenden mit wahnsinnig viel Potenzial und dieses Potenzial müssen wir gemeinsam heben, ausschöpfen und möglichst viele Menschen für uns begeistern. Im Übrigen auch durchaus bürgerlich denkende Personen haben Andreas Babler unterstützt, finden seine Ideen nicht komplett absurd. Und es gibt auch in Bezug auf Erbschaftssteuern zum Beispiel Initiativen wie Tax Me Now, wo Marlene Engelhorn, eine Millionärserbin, auch sagt, Erbschaftssteuern, das wäre etwas, was Österreich brauchen würde. Also da glaube ich, muss man auch andere Allianzen schließen. Und es sind auch nicht alle Konservative, wie die bundespolitische Linie der ÖVP jetzt vorgeben mag. Ich denke da an Ihr nächstes Sommergespräch mit Ottmar Karas, der ja oft auch andere Positionen einer konservativen zeichnet. Das ist das erste Sommergespräch hier gewesen. Vielen Dank fürs Mitmachen hier im Museumsquartier. Das nächste kommt am 31. Juli. Da kommt der Ottmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments und ÖVP-Politiker, der nicht immer einer Meinung ist mit dem, was seine Partei sagt. Danke für Ihr Interesse live hier im Hof des Museumsquartiers. Danke für Ihr Interesse an alle, die im Podcast dabei sind. Das ist eine Kooperation zwischen dem Falter und dem Museumsquartier. Daher auch an dieser Stelle ein Hinweis, Qualitätsjournalismus lebt von Leserinnen und Lesern, genauso wie Qualitätskulturpolitik von Besucherinnen und Besuchern lebt. Daher empfehle ich ein Abo-Mondes-Falter an dieser Stelle. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung und bis zum nächsten Sommergespräch. Bis zum nächsten Mal.